Okay, Leute, es geht weiter. Äh, Charaktere, Helden, habe ich ihr die Feuerteile gegeben? Ja. Ja, habe ich das gegeben. Mist, egal, ich gebe ihr dann ein bisschen Vogel. Bist ihr so ein Vogel, Mensch? Ah, ich habe über den Limit gemacht, okay, super. Waffen. Schwert. Gehen wir das jetzt raus und machen das hier rein. Komm schon. Okay, ist stärker, super. Karte und Rempo, komm. Hä, wie soll ich das denn einsetzen? Hä? Achso, soll ich den beiden machen? Mann, fick dich, Mann. Wer hat denn noch einen Feuerteil da? Es gab doch jemanden noch. Achso, den hier. Du Demlatten, komm her. Fing dir habe ich jetzt diese Probleme. Mann, Waffen. Schwert. Das muss ich jetzt schnell machen. Nächste Seite. Ah, ich kann noch eins dazu fügen. Komm her. Geh mir das hier raus und das hier auch. Ein Feuerschwert, okay. Das haben wir jetzt auch gemacht. Super. Okay. Ah, ich wusste, zwei Schwerter muss man machen. Ah, jetzt haben wir wenig Zeit dafür gebraucht. Frei. Ohne Waffeneinsatz. Gesamtneuer Rekord. Hm. Okay. Aber erst mache ich wieder meine Waffen stärker. Schwert. Das ist schon stark genug. Hm. Wohlhabend. Ist es dann stärker? Hm. Muss man jetzt mal gucken. Muss man jetzt wirklich gucken. Hm. Okay. Ich mache lieber Wohlhabend rein. Dahin. Wohlhabend rein. Wohlhabend. Geh bitte rein. Dankeschön. Komplex Katana. Super. So. Und Rampo bitte weg. Dankeschön. Und was ist das denn? Äh. War das jetzt ein Fehler? Scheiße. Muss ich das einscannen? Oder hat es mich wieder aufgeheilt? Bereich des Schwertkämpfers. Puh. Was kommt denn jetzt? Du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt halte du dein Wort und lehre uns. Haha. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Wie bitte? Du hast auf dem Weg hier bereits alle meine Schwerttechniken gelernt. Nur wenige sind bisher so weit gekommen. Ist das nicht großartig, Roxas? Du hast bereits alles gelernt. Ich glaube nicht. Den Grundlagen hast du gemeistert. Aber es gibt noch das Spezialmanöver. Spezialmanöver? Klingt spannend. Du bist freundlich, es zu lernen. Pass genau auf. Das Spezialmanöver meiner Schwertschule. Wirbelklinge. Abo. Sieht so geil aus. Boah. Beeindruckend. Ja. Komm, Roxas. Hol dir die Fertigkeit. Freu dich nicht zu früh. Ich werde es dir nur zeigen, wenn du gegen mich im Kampf bestehen kannst. Mach die breit, Roxas. Du gegen Gusser mit den Zwillingsklingen. Oh, scheiße. Unser erster Boss weit, glaube ich. Wieso hat das jetzt die Attribute verändert? Störb hier weg hier. Und nochmal. Man muss hier nur schlau kämpfen, glaube ich. Bäm. Wie lange wird es noch leben? Mach eine Pause, alter Mann. Du bist nicht stark genug. Einfach nicht stark genug. Ey, das ist doch voll der leichte Bosskampf. Oder ist es kein Bosskampf? Bäm, bäm. Du hast keine Chance, wenn ich dich von hinten angreife. Frei. Und ich habe ihn besiegt. Das ging aber schnell. Oh, gesamt. Neuer Rekord. Ja, das habe ich verdient. Hm. Was kommt denn jetzt? Ah, wir haben das gelernt. Ja, wir können das jetzt. Spezialmanöver erlernt. Aber wie setze ich das jetzt ein? Das ist das Problem. Hm. Erstaunlich. Du hast dir die Fertigkeit angeeignet. Aber du hältst... Aber du hältst nur 50 Punkte. Überfleisch in echten Kämpfen. Mist, 50 Punkte? Der Alte ist aber streng. Hm. Und Roxas, vergiss nicht. Ein schweres Schicksal erwartet dich. Stähle Körper, Seele, Geist. Und Geist, meine ich. Nun, dann wirst du dein Schicksal ins Auge blicken können. Verstanden. Ja, Meister. Tschüssi. Die Zeit ist also endlich gekommen. Der Meister weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Hm. Ich gucke mir jetzt mal an. Wieso mein Schwert da so Flammen hatten. Schwert. Achso. Ja, stimmt. Ich hab vergessen. Mann. Charaktere. Spieler. Schwert. Nein, das wollte ich jetzt nicht sehen. Charaktere. Spieler. Wo ist die Fertigkeit jetzt? Was ist das jetzt? Hm. Okay, gibt's wohl nichts. Aber egal. Jetzt ist Rampo, bitte weg. Dankeschön. Aber speichern muss jetzt sein. Wieso muss er jedes Mal kommen, wenn ich speichere? Mann, Rampo, das ist keine Hobbys. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Speichern musste sein. Rampo, bitte wieder weg. Dankeschön. Und kann ich hier durch? Scheiß Mücke. Die grabt mich wieder an. Ich kann nicht hier angreifen, okay? Hm. Und? Okay, ich glaube, ich kann jetzt wieder raus. Aber wo jetzt? Das ist jetzt die nächste Frage, wo ich jetzt hingehen muss. Aber ich frage mich, ob ich heute wirklich acht Parts hochladen soll, weil das dauert echt lange. Guck mir mal, vielleicht mache ich wirklich heute acht Parts. Und? Was hast du zu sagen? Reden. Schön, dich zu sehen, Roxas. Fahren ist oben. Also, ich glaube, wir fahren mit uns reden. Und fahren. Hallo. Reden. Ich will mit dir reden. Los. Dann zeige ich dir etwas. Blumen. Hm. Attribute. Danke. Kriege ich nichts? Mann. Okay, ich habe ihr eine Blume gezeigt. Das ist auch was Schönes. Okay. Und Maus, bitte weg hier. Dankeschön. Ich freue mich immer so, wenn er mich besucht. Was ist das denn? Also, ich habe irgendwas Gutes gemacht. Okay. Ich zeige dir auch mal eine Blume. Hm. Die Spiele ist etwas kompliziert, aber ich werde es schon schaffen. Ja, ich zeige dir da eine Blume. Was? Wie reagierst du drauf? Ich glaube, sie steht nicht auf Blumen. Hm. Was gebe ich dir dann? Zeigen. Objekte. Keks. Vielleicht willst du ja einen Keks. Ach, ich muss mein MB wieder aufholen. Okay. Äh, okay. Inhalt und Inhalt und Okay. 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 Ich will raus hier. Ach, ich dachte schon, ich bin stecken geblieben. Verdammter Mist. Mann, das Spiel hat mich vor den Schrecken gebracht. Puh, wir gehen mal in das Haus da rein. Vielleicht ist da Macker wieder drin. So ein Ingeren-Macker. Warte. Ingers habe ich da Glätzen gesehen. Hm. Ist wohl nichts. Und wir belassen ein Haus. Oh Mann, ich muss wieder den Part wieder hier beenden. Voll die Scheiße. Mann. Aber das schaffe ich noch. Ich gehe mal kurz wieder zurück. Ich gehe mal zum Bürgermeister. Vielleicht wird er mich jetzt sehen. Oder Kamui. Ich weiß, aber im nächsten Fall drehen wir weiter darüber. Yo da? Ich gehe mal. .